Boah, ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Laden hier. Der Chef, die Mitarbeiter, ist doch alles scheiße. Ich halte es langsam echt nicht mehr aus hier. Och nee, das auch noch. Die Maschinen hier sind echt Schrott. Und immer noch kein Feierabend. Ich will endlich nach Hause. Hey, du hast keine Lust auf unzuverlässige Maschinen, auf lange Arbeitszeiten oder einen schlecht gelaunten Chef? Dann komm zu uns ins Team. Bewerb dich jetzt. Oh, wir haben einen neuen Bewerber. Unser Team ist im Moment zwölf Leute groß. Unser Team ist kunterbunt. Wir haben von alt bis jung, von Osteuropa bis Nordeuropa, alles dabei. Ich arbeite bei Michael Brandt, Galabau Michael Brandt, seit eigentlich sieben Jahren. Ich habe gekommen als Facharbeiter, jetzt bin ich Bauleiter. Ich schaue, dass alle Baustellen laufen. Also das Teamwork wird bei uns sehr groß geschrieben, weil auf einer Baustelle alleine arbeiten, das funktioniert auf keinen Fall. Da ist halt ein Hand in Hand arbeiten. Ich achte auch immer darauf, dass wir maschinell einfach so dastehen, dass die Jungs nicht abends heimkommen und total kaputt sind, sondern dass wir viel mit Maschinen machen. Das ist eigentlich mein Ziel, die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Drinnen arbeiten ist nicht so meins. Weil da hast du vier Wände, komm ich morgen rein und nach einem Feierabend wieder raus und ich wollte einfach draußen sein. Und das macht ja auch Spaß. Vor allem, man sieht halt hinterher, was man gemacht hat. Das ist halt das. So, du hast gesehen, wir sind ein cooles Team, das sich super versteht und top Fuhrpark hat. Und wenn du auch Bock hast, dann bewirb dich jetzt bei uns. Das ist halt dieser Band. Aber zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.